Hey Leute, mein Name ist Epixan und heute spielen wir eine weitere Map, die Map nennt sich heute Clickbait. So, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Hier steht auch nochmal der Map-Name Clickbait. To start, test for resource pack. Äh, ich hab keinen resource pack. Oh doch, ich hab einen resource pack. Okay. Ähm, test for resource pack. Achso, achso, hier. Ah ja, okay. If you say hi, your resource pack is on. Ja, ich seh hi. Und Ausrufezeichen. Okay, tschüss. Oh, ich hab Hunger. Danke. Das ist sehr nett, mein Freund. Rob heißt er. Okay, und ich esse einfach mal dagegen. Warte mal. Ja, jetzt bin ich ganz leer. Und jetzt. Ja. Ah, hör auf. Was macht der denn? Ach man, so ein Idiot. Du musst dir mal lauter stellen. Ich hör den kommen. Da hört Ian erst recht kaum. Verdammt, Mann. Ist das nicht Note-Blox? Oder ich hab keine Ahnung. Nein, das ist es nicht. Wo redet der denn über was? Oh, Mann. Was ist das? Sind das? Das ist ja kein anderer Player. Ambient environment? Nein, auch nicht. Das gibt's doch nicht. Friendly creatures. Auch nicht. Willst du mich verarschen? Mach dir jetzt einfach laut. Da ist halt so leise. Okay. Ja, I like jumping. Yeah, jumping is my life. Das ist unmöglich. Das schafft man doch niemals. Huh. Du bist gut an dem. Ich... Was? Das ist nicht possible. 1, 2, 3, 4, 0, 5. Also, es ist nicht possible. Lass mich es machen. Oh, das ist nett. Okay, und wir können drüber. Nice. Danke dafür, mein Freund. Sam, 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 Sam. Sam, Sam, Sam. Was passiert hier? Was hat er da gerade gemacht, Walter? Aber was ist das denn hier alles? Rob System shut down, reverting to manual voice algorithm. Hello, I am. Boor. Rob's emergency backup voice. Please press beginning button to proceed. Ähm. Oh. Muss ich da hinten draufklicken? Ich weiß es nicht. Ist... Ist jetzt gerade Rob kaputt gegangen? Let me change it to a harder parkour. Nein. Rob obviously didn't know, what he was doing. There. Blö. Ich will hier keine harten parkour, das verdammte Kacke. So. Au. Muss ich den jetzt schaffen? Nein, oder? Als ob ich den jetzt schaffen muss. Das ist ja unmöglich. Okay, der ist möglich, aber... Äh, mit meinen Skills ist der eigentlich unmöglich. Alter. Ne, fängt schon an. Da fängt schon an, Leute. Merkt ihr das? Oh, was war das denn gerade? So. Geht das überhaupt hier? Das ist doch scheiße. Wohin soll ich... Ich soll da oben drauf. Ich soll ernsthaft da oben drauf. Ich soll dem... Oh Gott. Jetzt kommen wir noch so schwere Parkour. Ich dachte, wir machen hier ganz gedingend so eine kleine Mappy. Aber nein. Geht der Sprung hier? Oh Gott, der geht. Okay, und? Oh Gott. Jetzt lass mich dich irgendwo besser bringen. Ich weiß, wie viel du Parkour magst. Also hier ist mehr davon. Ich... Woher will der wissen? Ich mag... Und er labert irgendwas und ist viel zu leise. Mann, macht doch mal euer Dingsloater. Stell euch mal vor, wir wären echt in so einer Map. Und hört ihr einfach nicht, weil er zu leise eingestellt ist. Oh, ich hab's geschafft. Oh Gott, danke. Now you can stay here forever, muah, ha, ha, ha. Nein! Ich hab's schon von Anfang an erkannt. Ähm... Ha, ha, ha. Hör auf! Nein, ich will hier nicht. Das ist doch Trolling hier. Nein, never, oder? Restart. What? Okay, wir machen einfach alles nochmal. Da gibt's noch was anderes, was ich gesehen hab. Hm. Wir werden uns einfach mal testen. Ja, ja, komm, laber nicht. Oh nein, ich muss den Parkour ja nochmal machen. Oh nein. Das ist kein Problem, das ist kein Problem, Leute. Ja, ja, komm. Okay, okay, das ist kein Problem. Also das... Oh, ja. Ich lache mich bitte nicht aus, verdammte Kacke. So. Ja, komm. Oh. Hör auf den Ball! Machen wir hier den Block hin! Vor allem, das haben wir alles schon gesehen, aber... Es gibt noch was anderes, Leute. Also das war nicht das... Also wir haben ein Ending gesehen. Wie auch immer. Hm. Jetzt spricht er ab. Bricht er ab. Oh man, so gut. Ähm. Da gibt es doch ein anderes Ending wahrscheinlich. Hm. Aber wir haben was übersprungen oder übersehen, was er gesagt. So. Rob's System shut down, reverting to manual voice algorithm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Rob's emergency backup backup. Rob's emergency backup backup. Let's beginnend, but to proceed. Ähm. Okay, erst so stimmt. Da hinten muss ich wieder hin. Da kommt das schwere Parcours. Oh ne, jetzt... Darf ich den überspringen, Leute? Darf ich den bitte überspringen? Let me change to a harder Parcours. So. Hier wieder drauf. Now let me bring you somewhere better. I know how much you like Parcours, so here is more of it. Ich mag kein Parcours. Ich... Oh Gott. Ich hasse doch Parcours. Nein, okay. Parcours ist eigentlich cool. Oh. Weißt du das? Weißt du das? Er hat uns gerade den Tipp gegeben. Wir müssen hier durchs Glas springen. Das ist unsere einzige Chance, hier durchzukommen. Ja, und jetzt... Das haben wir gleich beim letzten Mal nicht gemacht. Richtig cool. Zum Glück habe ich das hier auch ausprobiert. Und hier ist ein... Okay. As much as you can. Okay, ich folge dem Licht. Das ist cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. Oh oh. Ist er gerade ausgegangen? Nein. Doch. Ach, keine Ahnung. Verdammt. So. Oh mein Gott. Da war doch gerade was, oder? Da ist was. Oh, danke. Light Guard. Hop. Oh. Au. Nein. Hey. War das beabsichtigt? Ending 4. Nein. Jetzt kann... Oh nein. Jetzt muss ich da wieder hin. Oh nein. Ich will das andere Ending sehen. Verdammte Kacke. Restart. Yes, please. Okay, wir haben es geschafft soweit. Also ich bin hier einfach weitergerannt. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist der letzte Raum. Jetzt kannst du weggehen. Okay, ich kann... Ich werde nicht, bevor du weggehen. Wie solltest du den Button da oben? Es ist ein sehr schöner Button. Ich weiß, dass du es gerne pressen. Nein. Just press it already. You know you want to... Imagine the cool adventure... Mh-mh, ich drück dir nicht. Da komm ich nicht hin. What are you waiting for? Just press the button already. Come on. Nein. Just press it already. Come on. Imagine the cool adventure... ...that could happen by pressing the button. Ich will den Button, aber nicht drücken. Ich will den Button, aber nicht drücken. You are wasting my time. Nein. Just press it already. I know you would like to press it. Come on. Just press it already. Nein, ich drück die durch. Ah, ah. Imagine the cool adventure, ...that could be contained by pressing that nice button. What are you waiting for? Just press the button already. Just press it already. Just press it. Come on. Imagine the cool adventure, ...that could happen by pressing the button. I will the button, but just press it. You are wasting my time. It is a really nice button. I know you would like to press it. Drop System Formatting, 10%, 30%, 50%, 75%, 95%. Needing Confirmation from System Unit. Or, do you confirm? Of course. No, whoa, 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 whoa. Okay, System Formatting complete. Ending 2 auf 4. Clickbaited. So, Leute, das war's heute mit der Map Clickbait. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018